Ja Leute, ähm, einschmeilen. Äh, nochmal ne Runde mit Singularity. Ich hab ja gesagt, ich wollte noch, äh... Nein, ich garten, der Schande. Ja, äh, mit dem Skin, den er kratziert, wollte ich mal ne Runde aufnehmen. Weil es gibt, das ist ja der einzige, äh... Finde, den er hat. Warte, ich hoffe, er kriegt das nächste Torben. Müsste ja eigentlich, falls... Ich hab ja gesagt, die neuen Charaktere werden jetzt eigentlich bevorzugt bei Torben. Könnt ihr was machen? Hm, und ja, äh, ich, wie ihr sehen könnt, habe ich das, äh, rote Add-On weglassen. Das haben sie ja auch, äh, geändert. Mit den, ähm... Dings. Auch schön. Haben ja ein kleiner Minipatch. Da haben sie ja, ähm... Die Add-On ist ein bisschen so rum und so geändert. Und jetzt eine Add-On, die ich schon mal benutze, mit, wo die... Also, bei wo mit Pickle spawnen, das ist jetzt rot. Und jetzt hab ich, äh, muss ich erstmal über welche sammeln. Aber ich hab nicht mehr so zusammen. Ja, selbstverständlich. Mensch, Kate! Wir hatten schon... Letzte Runde... äh, verglüht. Nein! So, kommst du mit? Nicht ein geiler Haken? Äh, ne, kann ich mal wieder... Äh... Aber... Ja, schön. Danke, jetzt hab ich den Gen verloren. Das ist so nervig. Ich werde... Ich liebe den Killer. Ich liebe diesen Killer. Wie gesagt, also... Ist jetzt, äh... Mein zweiter... Nein, da ist eine Kate. Ja, erstmal so hier. Aufruf. Und dann gehen wir zu Kate. Und dann läuft sie. Kate! Ich muss mal den Killer anstellen. Ich weiß auch gar nicht, warum der irgendwie aus ist. Vielleicht hat den doch eigentlich an... Die heilen sich, aber mein Dings ist aus. Und dass ich hier nochmal ein paar Pickel verteilen könnte. Ding. Ach, wow. Kräger so viel. Was machst du? Oh, das ist mir doch nicht. Lass mich raten. Ja, Typ. Die wollte wahrscheinlich im Haus rinnen. Mit ihren scheiß Wildfettdruck. Entschuldige, ich will ja keine Geiler Haken. Nee, was ist denn das jetzt auf einmal mit die Geiler Haken? Hier bin ich aufnehmen. Weg mich. Ah ja. Okay. Kommt auf. Fett. Gäden Nummer zwei. Tschüss, auch so. Ich bin hinter dir. Drei, sie. I'm coming to you. Das Wort sage ich jetzt immer nicht. Was danach kommt. und der von diesem mario verarsche und kommt über die palette danke macht der stürzt niemals eine palette wenn der dings im dingsmodus ist ihr könnt ihn nicht dann also ein bisschen stand aber kann ich immer noch schlagen das ist ja das coole dieser fähigkeit das ist eine mikaela das war keine kate rein im kreis das ist ein geisererken ja meine erste geisererken das ist es ist genau genau das ist nicht Ich will die Watch-O-Ko-Zahn. Komm, komm, komm! Pick it! Ja! Okay! Komm zum Twisterle! Twisterle! I'm coming for you! Hey! Ui, ich glaub die ist Muriba! Blö, ist das sie? Ja, das ist sie! Oh, wir haben blöd das erste Movie mit dem Skill! Vielleicht wird Pickel ausgedrückt! Es geht Pickel! Alter, wie sieht das aus mit der Summenbrille? Wazufuck! Guck! Guck dir an, hab ich denn nicht! Alter, wie das aus sah mit der fucking Summenbrille! Was zur Hölle! Was sah ja kooky aus! Ist ein cooler Totenschädel! Na, fäng wein! Fäng wein! Der Kopf lässt sich auch noch platzen! Was ist hin? Hey! Oh, ich weiß nicht von wie... Ich kann ja auch... Pickel, 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 Pickel! Ja! Ich krieg wenigstens ein Pickel! Ich geh mal Shenzhen weiter hin! Hier ist keiner dran! Shenzhen, ja! Kriech? Ja! Komm, 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 komm! Kriech! Ja, das ist der Ode mit dem zweiten Pickel! Da kann man auch nicht in den Coolern irgendwie reduzieren, geht der da unten! Ey! Das ist mein Loli! Ist hier grad hier ein Loli genommen? Dazu! Komm mit! Ey, die geile Sachen! Einer der da oben! Was fäll ich mit denen da oben? So... hig... ...hig... ....hig... ...hig... 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 Weg da! Ich... Ich...! ...m- ...indeinde.. ...dein Gesicht kann zugleich platzen müssen... Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr die Fähigkeit benutzt, benutzt die nicht am Haken, also wenn ihr in der Kamera schaut, weil dann habt ihr so einen, könnt ihr eure, habt ihr halt so einen kleinen Kulon. Ja, wenn, ja, komm. Tunnel die jetzt einfach mal raus, schnell, also ich, dass ich wenigstens noch einen Hook State kriege, sonst immer noch mal ein Puck. Die da, die hätte einfach wegkriegen können. Ah, komm mit. Natürlich, da tunne ich einmal und die hat einen scheiß Dix-Fight. Jetzt tue ich jetzt erst recht. Ja, das ist besser. Oh, die Gen hat sich angesteckt. Nein, jetzt kann ich mich, wenn sie jetzt kein MP hat, kann ich mich gleich hindrotten. Genau. Kriecht hier an einen Geiserhaken, weil dann habe ich wenigstens zwei Geiserhaken die Runde schon mal eingesetzt. Jetzt kommt ihr bald das Mitschöpter, weil, äh, wegen, äh, hier, Nicolas Cage, oder wie Gammel, du Artig, wenn man sagt, Ficola Cage. Äh, oh, erstmal, ich habe Schiss, ob ich wegen deiner Perks, und zweitens, äh, bitte nur auf dich, Populo. Und bitte, ähm, äh, ähm, bitte, nerft nicht, äh, irgendwas für Geiserhaken, oder Populo, weil wir haben nix mehr. Nerft, ruft, helft. Kann ich auch nicht vorhin? Nö, so was geht. Richtig, ne? Das sind Geiserhaken. Richtig, immer die Geiserhaken ab. Die andere hängt da unten, oh? Da geht's gerade, dass der eine, ähm, den ich von, äh, den Pick ausgesucht habe, äh, Mami Mikasa. Ja, Kate, du bist der Druck. All, ein, drei, drei, drei. Ja! Oh, komm, 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 komm. Komm, 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 komm das ist dieses dieses geräusch also das ist musik in meinen ohren das ist halt nicht wirklich wie sagt bitte gibt es und so noch andere moris ich hoffe echt die machen irgendwann mal wirklich moris für den shop ich würde kaufen sind aber kein problem keine ahnung wenn sie halt groß ist ein skin exklusiven moris machen dass hier das kind exklusiven mobile hat so viel bei dvd mobile da haben wir auch manche skins eigenen moris oder wenn sie halt machen kommt 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 ja ja ich kann sich entfernt hätten Da hinten da rein, ich fang mit! Ich bringe den Heck nicht mal hier, scheiße! Da hinten hat noch ne scheiß Palette. Ich bring mal hier, den Baum muss zu heften. Geh dann weiter. Maaah! Määäh! Die nimmt... Nutzt du das Gottfenster? Ne, nutzt du nicht, geht gut. Welchen Weg nimmst du denn? Hier! Ja, äh... Mikael, du hast den Blick ausgedrückt. Brable, brable... Brable, brable, brable... Blick ausdrücken! Du bist schnell! Possibly famous! Possibly famous! Es ist alles vorbei. Bäh! Oh, ich liebe dieses Mori, Alter! Leute! Wie geil ist dieses Mori einfach! Es macht so viel Spaß, dieses Mori zu spielen! Das Problem ist einfach, es dauert halt so lange! Es ist wie mit nem Ritter! Ritter, äh... Dretsche... Äh... Hier Singularität... So, wer war aus dem Dorf? Äh... Kimlet vielleicht? Die haben alle so ne cool Moris, aber die sind alle so lang! Wisst ihr? Und ich hab schon oft mal ein Jean verloren, deswegen... Ich hier! Soll ich die gehen? Die lassen... Oder soll ich ein Pick ausdrücken? Hier ist keiner... Ah, ok, natürlich! Ja! Ah Leute, ich liebe das Mori! Ich liebe dieses Mori! Ah! Schön! Mh mmm mmm mmm... Und so!